Moin Freunde was geht? Lasst gerne mal einen Like da, abonniert gerne diesen Kanal, würde mich sehr freuen auf den Fall und willkommen zu einem weiteren Testvideo, aber zu einem ganz besonderen Testvideo, wir probieren einen NRC, Crazy Wolf oder also ehrlich, sag ich euch ehrlich, wie es ist, Crazy Wolf hat schon gute Energies, also sag ich euch ehrlich, ja, die Scheibe wäre frisch der Energie einfach besser, aber diesmal mit Granatapfelkiss, klingt das nicht so verrückt, 0,5% Granatapfel, 3% Fruchtgehalt und ja, probieren wir mal, ist auch limitiert, so sieht das aus, oh my god, ja, auf jeden Fall nur so, probieren wir mal, Was war es nochmal, stimmt, Granatapfel, total vergessen, Granatapfel, einer der besten Sorten, einer der besten Sorten, auf jeden Fall, muss ich sagen, ne, auf jeden Fall, und probieren wir mal, also es ist schon ein, äh, 8 von 10, sag ich euch ehrlich, ja, limitiert, äh, ist auch nicht so teuer, ja, tatsächlich, 39 plus 25 Cent Pfund, gegeben, 64, weil jeder, wer jetzt gesagt hat, wer jetzt gesagt hat, 70, ist mega dumm, dann ist ja auch nochmal dumm, sag ich euch ehrlich, ja, ja, ich weiß nicht, wie es ist, ne, so, warum nicht, ne, ähm, ja, das war es mit dem Video, lass ein Like da, schreibe in die Kommentare, ob ihr mehr solche Videos sehen wollt, ne, oder einfach Videos, von draußen, halt, ne, so, langweilig, ne, so, so, Peace Vielen Dank.